Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und mein Name ist Martin. Ja, kommen Sie ran, hier gibt's noch alles, was der feine Geschmack verlangt. Traf, Booster, Set, Booster, Collector, Booster, nicht von einem, nicht von zwei, nicht von drei, nee, von vier Sets für alle, die zuschlagen wollen. Und Leute, ich werde arm dabei, aber hier gibt's noch Bonus-Sets und den ganzen anderen guten Dramen oben mit drauf. Im nächsten Jahr erwarten uns erneut unmöglich viele neue Sets, unfassbar neue Secret Dares und ein neues, unendlich, unbeschreiblich abgespacedes Anset. Über dieses und weitere Highlights des kommenden Magic-Jahres sprechen wir jetzt. Los geht's! Hallo Martin! Hallo Geis! Na, bist du auch so unfassbar gehypt? Ja, so ein bisschen war's schon wie auf dem Hamburger Fischmarkt, fand ich, ne? Also, da wurde wirklich alles rausgehauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon reden die beiden? Wir reden natürlich über das Magic Showcase 2021. Ja, was über so ziemlich alle Neuerungen des Jahres 2022 gehen wird, aber da es im Jahr 2021 stattgefunden hat, wurde es halt so benannt. Um jetzt nicht für Verwirrung zu sorgen. Und wir lesen euch das jetzt nicht einfach nochmal vor. Wir gehen tatsächlich ein bisschen durch und haben einen tasty Blick auf das, was da genannt wurde. Wir wiederholen nochmal alles, alle Neuerungen, die genannt wurden. Aber gehen nur auf die Sachen ein, die für uns wirklich tasty sind. Das heißt, ihr kriegt einen Überblick über alles und wir haben das Ganze sogar nochmal chronologisch sortiert, damit ihr nochmal eine Vorstellung bekommt, was der Reihe nach rauskommt. Und das hab ich nämlich auf Anhieb auch überhaupt nicht zusammenbekommen, weil alles irgendwie so nach Hype-Level sortiert war in dem Video, in dem Stream von Magic. Ja, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den jetzt gerne vorher angucken oder ihr hört uns erst zu und spart euch dann die Stunde, wie ihr wollt. Ich musste ja so ein bisschen, ich musste ja so ein bisschen denken an den, früher den neuen Lego-Katalog durchblättern. Weißt du, wenn man den dann so das erste Mal in den Händen hielt und dann geht man so Seite für Seite durch und sieht so die ganzen Neuerungen und hat so irgendwie das ganze Jahr vor sich, so hab ich mich ein bisschen gefühlt. Ich hatte da sehr viele frühe kindheitliche Glücksgefühle. Du bist ja ein bisschen jünger als ich. Als ich so jung war, hatte ich ja im Osten keinen Lego-Katalog, aber schön, dass du da drauf zurückblicken kannst. Ja, ist schön, dass wir so einen lockerflockigen Podcast gestalten können. Ich muss einen guten Einstieg gefunden haben. Ich würde sagen, dann können wir auch schon die Vorspeise servieren, die heute auch gleichzeitig die Hauptspeise ist. Ich würde sagen, wir stehen dann keine Hauptspeise, sondern einfach eine große Vorspeisenplatte, wo für jeden was dabei ist und dann kann jeder mal zugreifen. Geht's dir auch so, dass du dich mit den Vorspeisen, mit der Dimension der Vorspeisen immer verschätzt und dann die Hauptspeise kommt, nur eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr hast und dann so in dich reinzwängst und einen ziemlich unerfreulichen Abend dann hast? Es trifft mich nicht bei der Hauptspeise, es trifft mich dann mit dem fehlenden Dessert, weil ich dann keinen Hunger mehr habe. Vorspeise, Hauptspeise geht immer noch, aber danach wird's eng. Also, wir versuchen das heute so zu machen, indem wir keine Hauptspeise servieren, sondern es quasi eine große Wiederholung der vielen Ankündigungen ist und am Ende gibt's noch eine kleine Nachspeise. So, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Wie gesagt, wir gehen chronologisch vor und von den Dingen, die quasi jetzt bald anstehen, ging es bei dem Magic Showcase 2021 los mit den aktuellen neuen Secret Layer Drops, die gerade gedroppt wurden und wo es zwei neue Artist Layers gibt. Martin, von welchen KünstlerInnen denn oder Künstlern in dem Fall? Einmal von Johannes Voss und einmal von Thomas Baxer. Die kriegen jeweils eine Artist Series spendiert, wir erinnern uns, die erste Artist Series war von Sepp McKinnon, haben wir auch schön abgefeiert hier im Podcast und zu Recht. Und ja, jetzt kommen eben diese beiden zum Zuge. Und man muss eigentlich auch erwähnen, es gibt noch sowas wie eine dritte Artist Series, einen dritten Secret Layer Artist Series und zwar ist das der Math is for Blockers. Das sind fünf Karten, fünf Kreaturen, die alle von Alexandre Chaudret illustriert wurden, von ein und demselben Illustratoren und die sind auch super nice. Da gibt es den Brazen Borrower, den Vindictive Lich, die Meandering Towershell. Keine Ahnung, warum die in diesen Secret Layer reingekommen ist, aber ja, aus Flavorgründen wahrscheinlich den Oren Fostfang und den Thrag Tusk. Auch ziemlich nice. Aber ja, was hältst du denn von den anderen eigentlichen Artist Series? Sind das die Artists, die du erwartet hättest oder, ähm, äh, ja? Ich bin generell ein bisschen nicht. Oder emotionslos bei den Secret Layer Drops. Ich finde das schön, dass diese Artists ausgewählt wurden. Ich hätt's schöner gefunden, wenn die Karten vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht wird der Bezug noch hergestellt zu den Artists, aber es wirkt, also diese ganzen Secret Layers wirken für mich eigentlich gerade so ein bisschen beliebig. Das sind alles schöne Karten durchweg. Ähm, ich hätt mir vielleicht auch, ja, ja, Künstlerinnen natürlich gewünscht. Und bislang sind's halt nur, äh, Männer wieder gewesen, die jetzt ein Secret Layer Artist Series bekommen haben. Das wär schön gewesen. Da gibt's sicher auch, auch schöne, ähm, Illustrationen von, ähm, Künstlerinnen, auch von, ja, neuen Künstlerinnen, die jetzt Magic entdeckt hat. Aber, ja, so ist es nun mal. Und, ähm, ich find die, ich find die ansprechend, die Karten. Ich hab da jetzt aber nicht so eine große emotionale Bindung daran. Schön ist bei der, ähm, Artist Series von Johannes Voss, dass da quasi so eine kleine durchgängige Geschichte erzählt wird über diese vier Karten hinweg, die er da gestaltet hat. Ähm, das find ich irgendwie ganz nett. Und, ähm, ja, auch das dient quasi nicht einem einheitlichen Stil folgen trotzdem. Auch wenn sie irgendwie miteinander zusammenhängen, sondern der auch irgendwie so seine, seine eigene künstlerische Vielfalt daran abbilden konnte. Das gefällt mir ganz gut. Und, ähm, ja, zwingt dann einen auch nicht so richtig so gefühlt alle Karten irgendwie in ein Deck reinzupacken. Sondern, wer Interesse daran hat, kann die dann schön verteilen. Die sind in sich kleine Highlights. Da find ich mehr als Frau Blockers fast noch interessanter, weil da haben sie auch so eine kleine Animation gezeigt, wie das entstanden ist, wie das, ähm, wie das gestaltet wurde. Vielleicht sind da noch so, ähm, so Anspielungen auf mathematische Gegebenheiten drin, dass das eine irgendwie ein Dreieck ist. Und, äh, die hat ja gesagt, dass das irgendwie was mit Power Toughness zu tun hat. Also, vielleicht gibt's da noch was zu entdecken. Da hab ich jetzt, glaub ich, mehr Spaß, das rauszufinden. Ja, ähm, genau. Was, was, die anderen zwei sind, ähm, Teferis Time Trouble. Das sind die, die man schon vorher so ein bisschen geleakt gesehen hat. Also, Planeswalker auf alten Kartenframe und alte, äh, Text, Textgestaltung hin, äh, gemacht. Also, ohne das Planeswalker-Template, sondern einfach viel, viel Fließtext. Mhm. Ja, ähm. Ja, ist ein witziger Gag. Ist ein Gag, aber ist auch irgendwie ein Insider gefühlt. Und, ja, ich, ich glaube, es wird einfach einer von vielen Secret Last Drops sein, an den man sich nicht so lange erinnern wird. Und Kamigawa Inc. ist mein persönliches kleines Highlight irgendwie. Ähm, ich find die richtig, richtig nice, find die cool. Ähm, ja, Punkt. Ja. Aber du hast schon recht, auch mir geht's so, das krasse Ding, wo es mich hinten überkippt, ist, ähm, hier irgendwie für mich nicht dabei. Aber, ne, dafür sind die Secret Lairs ja da. Ähm, jeder, der irgendwie was cool findet, für den ist irgendwann mal wahrscheinlich das Secret Lair gekommen. Was er oder sie sich bestellen wird. In dem Fall werd ich allerdings mich zurückhalten. Denn wir werden gleich noch sehen, für wie viel andere Sachen wir Geld ausgeben können. Da müssen wir nämlich gut haushalten, sparen und, ähm, können sicherlich nicht alles kaufen, was da kommt. Genau, ich, ich würd ja gerne auch mal versuchen jetzt, wenn's passt, auch mal so ein bisschen noch zu beleuchten. Was, was bedeutet das eigentlich? Und ich finde, ähm, für die Secret Lairs hat sich jetzt die Aufregung auch so ein bisschen gelegt für mich. Ähm, die sind halt da, die gibt's jetzt halt. Ich guck die mir an. Ich hab jetzt nicht den Anspruch, dass ich da jeden kaufen muss. Wie du grad gesagt hast, wenn da was Schönes dabei ist, dann nimmt man die mit. Und, ähm, ja, also Kamigawa Inc. ist jetzt hier vielleicht auch für mich interessant. Aber, ja, ich bin jetzt nicht mehr so, ähm, emotional, das darf's nicht geben. Oder ich muss jeden haben, sondern die laufen jetzt einfach so mit. Gut, die sind jeweils für 35 Euro zu haben. Und ich glaub, der Zeit, die Zeit, in der man die bestellen konnte, die ist auch schon raus, wo ihr das hört. Von daher ist es ein bisschen Vergangenheit, was wir mit erwähnen. Ähm, ja, aber über den Sekundärmarkt kann man sich die Karten dann sicherlich auch noch im Einzelnen anschauen. Und, ähm, ja, genau, dann kaufen, wenn man das möchte. Lass uns weitergehen. Genau, als nächstes auf der Liste steht ein Artbook, das rauskommt und das nicht mehr einem einzelnen Set zugeordnet ist, wie die vergangenen Artbooks, sondern das heißt Magic the Gathering Planes of the Multiverse. Und ich glaub, es sind sechs Planes drinnen gefeatured. Ey, Visual History. Mhm, genau, Visual History ist der Untertitel noch. Das gibt's schon zu kaufen. Und, ja, für alle, die die Artbooks cool finden, wird das sicherlich an Qualität den anderen in nichts nachstehen. Das ist immer ganz cool, da ein bisschen drin rumzuschmökern und sich halt die Illus großformatig in einem hochwertigen Druck anzuschauen. Das ist schon, das ist schon eine gewisse Freude für die Augen, definitiv. Und sie sind halt auch nicht mehr so richtig hinterhergekommen mit den vielen Sets, die jedes Jahr rauskommen und, äh, jedes Set auf einer anderen Plane. Irgendwann sind sie halt nicht mehr nachgekommen mit den Artbooks, was ich sehr schade finde, aber, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht, äh, zu jedem Set dann nochmal ein 30 oder 40 Euro Artbook dazukaufen. Wir kommen eh nicht mit kaufen hinterher, von daher macht es schon Sinn, das irgendwie auch zusammenzufassen, aber, ja, es ist, ähm, natürlich schade, in der Fülle bleibt der Blick fürs Detail oftmals auf der Strecke, ähm, den die Artbooks dann hier und da gegeben haben. Und auch das Eintauchen in Welten, was halt die Artbooks auch für mich immer sehr, sehr gut geliefert haben, aber, ja, also wenn's dann vielleicht mal wieder mehrere Sets auf einer Welt gibt, aber zu den Sets, die auf Welten spielen, kommen wir später noch. Bevor wir zu den großen Dingern kommen, noch ein kleines Ding, was bald rauskommen wird, und zwar noch bevor Innistrad, ähm, ähm, käuflich zu erwerben sein wird, ist die Commander Collection Black. Da gibt es zahlreiche schöne neue Karten für Commander-SpielerInnen in Schwarz, äh, den Ghoulcaller Giza, den Ophiomancer, oder Ophiomancer, mhm, 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 Ophiomancer. Rina Reanimate, Toxic Deluge, den Sol Ring in einem special schwarzen Artwork, den Command Tower und die Liliana Radical Healer sowie die Liliana Define Necromancer. Und, und jetzt komm ich zum eigentlichen Highlight, ja, den eigentlichen Nicht-Reprints, wenn du so willst, und zwar gibt's endlich, äh, für die Leute, die es interessiert, den 1-1 schwarzen Snake Token mit Death Touch zum Ophiomancer, ähm, oder Ophiomant, wie die Karte im Deutschen heißt. Und, äh, diesen Token gab's bisher noch nicht, und die Leute freuen sich darüber, denn das ist ein kleines Novum, und ich find's schön, auf dessen Rückseite ist übrigens ein, äh, Zombie Token mit neuem Artwork, was mich als, äh, Zombie Token Sammler wiederum interessiert. Also, die Tokens hier, ein großes Highlight, aber auch der Rest, den find ich wirklich ganz nett, ich brauch eh mal ne Phyrexian Arena, die Reanimate spiel ich sowieso, und, ähm, ähm, äh, genau, irgendwie spricht es mich an. Ich find's ein geiler Artwork, Reanimate hat von Nils Hamm ein richtig, richtig cooles Artwork bekommen, ich mag das richtig sehr, also Nils Hamm mag ich sowieso, aber dieses Artwork hab ich auch erstmal nicht als Nils Hamm erkannt, und find das, find das richtig cool, den Ophiomancer wollte ich sowieso haben, der war bisher viel zu teuer, also vielleicht schlag ich hier tatsächlich mal, tatsächlich mal zu, hab ja bisher keine Death Commander Collections gekauft, gekauft, du? Nee, ich auch nicht, nee, ich find die Phyrexian Arena auch interessant, ähm, und, äh, vielleicht hol ich mir auch nur die in der Variante, vielleicht wär das mal ein Punkt zuzuschlagen, kann man nochmal den Preis vergleichen, aber, ja, es sind nicht alle Karten für mich interessant, ich hab die auch schon mal durchgeguckt, für die Decks, die ich gerade habe oder bauen will, sind, äh, nicht alle Karten interessant, aber, so zwei, drei davon schon, und dann kann man sich ja immer ausrechnen, ob das dann für einen selber lohnt, in der Illustration, da zuzuschlagen. Mhm, also für extra schwarze Decks, sicherlich auch der Command Tower und der Sol Ring hier interessant, ansonsten besonders tasty, find ich, diesen neuen Token, der hier drin ist, und, ähm, hab das auch auf Twitter hier und da wieder gespiegelt gesehen, dass die Leute sich da echt drüber freuen, damit ihre Decks so ein bisschen vollständig zu machen, also die, die jetzt keine, äh, Fanart Tokens irgendwie sich geproxied haben oder so, ne. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten richtigen Set, dem klassischen Standardset, dem nächsten, und das ist ja ein Doppelset, wir gehen zurück nach Innistrad, da wird wahrscheinlich auch unsere nächste Folge gleich, äh, noch ausführlicher drauf eingehen, wir sprechen aber jetzt trotzdem kurz über die nächsten Folgen. Und die nächsten Folgen. Genau, dann, wie gesagt, das ist ein Doppelset, und, ähm, es geht los mit, ähm, Midnight Hunt, und das zweite Set ist dann eben Crimson Wow. Also, wow. Wow, Crimson Wow. Ja, wir werden noch ausführlich drüber sprechen, deswegen werden wir das hier auch nur kurz erwähnen, aber ich muss an der Stelle einfach kurz erwähnen, ne, das, das erste dieser beiden Sets, die im Abstand von, glaube ich, zwei Monaten herauskommen werden, eins Ende September, eins Ende November, ähm, das erste Set hat zum Thema eben Werwölfe, und auch, finde ich, eine ganz schöne, spannende, so ein bisschen Halloween-Welt, ja, also so das, ein bisschen das, das, ähm. Ähm, Erntedank ist, äh, glaube ich, so das Motto. Ah, ja, genau. Also Harvestite im Englischen, und ich hab das jetzt mal hier übersetzt in unserer Liste mit Erntedankfest, ja. Was ich sehr schön finde, also ich, ich finde diese Atmosphäre auch, äh, sehr gelungen von dem Werwulf-Set, mehr noch als vom Vampir-Set tatsächlich. Ich freue mich dann eh so ein bisschen drauf, wenn die Tage unangenehm dunkel und kürzer werden, ähm, finde ich es dann allerdings schön, so ein Set zu haben, wo man sich genau in diese Stimmung auch so ein bisschen hineinlegen kann. Das mag ich. Aber dieses andere Set, ähm, äh, Crimson Vow, das ist für mich ein kleines Highlight thematisch, denn was ist das Thema? Eine Vampir-Hochzeit. Und ich dachte so, wie geil ist das denn bitte? Es passt so gut zu Magic, und es passt so gut in dieses, wir machen eine Party, aber wir machen Vampire-Party, ja, es ist dunkel, es wird gefeiert, aber trotzdem passieren da bestimmt, ähm, ganz schön niederträchtige Dinge. Es ist bestimmt auch keine Hochzeit, so im, im weißen Kleid und im schwarzen Anzug, wie man es sich vorstellt, sondern da geht es bestimmt super extravagant zu. Ich freue mich sehr, sehr drauf, diese Welt zu sehen, wie die aussieht, wie diese Party aussieht, zu hören, ähm, genau, die findet ja auf, auf Innistrad statt, was das mit Innistrad macht, wie sich das vielleicht auch erweitert und ergänzt dadurch. Und, ähm, finde ich richtig, richtig cool. Und ist etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Was wir schon wissen zur Lore, also Sorin Markov kommt zurück und, ähm, noch nicht dazu im Zusammenhang stehend, äh, heiratet Olivia Voldaren jemanden, dessen Name noch nicht genannt wird. Das ist zumindest die Infos. We will see. We will see. Vielleicht sprengt Sorin ja auch die Hochzeit. Genau. Und, ähm, was wir zu den, zum Werwolf-Set schon wissen, ist eben, dass es im Erntedank, ähm, zum Erntedank-Fest spielt und dass Tag und Nacht irgendwie außer Kontrolle geraten sind. Das macht natürlich Sinn mit der Werwolf-Mechanik, äh, dem Werfermechanismus. Und, ähm, ich finde es jetzt sehr spannend zu hören, ähm, dass du mehr auf das Vampir-Set abfährst und ich die Werwölfe so ein bisschen gutiere. Das heißt, da haben wir bestimmt auch guten Diskussionsstoff in den nächsten Folgen und Sets. Mechanisch finde ich definitiv die doppelseitigen Karten interessanter als ein Set, was die vielleicht nicht verspricht, als Vampire so. Ich denke mal aber, dass mechanisch, ähm, ähm, beides Sets sicherlich spannend sein werden. Aber thematisch finde ich auf jeden Fall die Vampir-Hochzeit interessanter, besonderer, einzigartiger und darauf freue ich mich. Kleines Ding, was dem noch hinzugefügt wird, ist dann das Double-Feature, was quasi, ähm, ja, ein Draft-Booster sind, die man dann im Laden draften kann, ähm, wo, ja, wie so ein eigenes kleines Limited, ähm, eine kleine Limited-Umgebung geschaffen wurde. Da sind quasi Karten aus beiden Sets drin, die man draften kann, aber mit ein, mit anderen Artworks zum Teil. Und zwar ist dort das Thema eben, äh, ja, alte, alte Monster, Monster-Horror-Filme. Und das, das finde ich spannend, das finde ich ganz cool. Ich meine, klar, ne, warum, wir bringen zwei Sets, dann bringen wir einfach nochmal eine Box irgendwie raus, ist irgendwie, it's too much. Andererseits denke ich mir so, wie geil, ich bin gespannt, welche Karten dann dieses, ähm, Horrorfilm-Treatment bekommen werden. Und was darauf zu sehen sein wird, ob es da Anspielungen geben wird auf so Klassiker wie Frankenstein oder Nosferatu oder so, darauf, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich denke mal nicht, dass wir so ganz klassische, ähm, bekannte Figuren wiedererkennen werden, glaube ich, aber ich denke mal, dass es, dass irgendwie dieses Ganze, es wird sich wie so ein Tarantino-Film anfühlen. Und dann, hoffentlich, so sieht's zumindest bisher präsentiert aus in so einer schwarz-weißen Box, ich weiß gar nicht, ob die wirklich schwarz-weiß ist mit so schwarz-weißen Boostern, wenn dem so ist, finde ich super tasty. Das fände ich auch schön, also so ein alter Schwarz-Weiß-Film, vielleicht auch noch so mit ein bisschen Krissel und Grain auf den Karten, dass es wirklich wie so ein alter Film aussieht und so, so Brandlöcher und von der Film... Genauso wie es, ich stelle mir dann sowas vor, wie es Tarantino mit Robert Rodriguez damals gemacht hat mit Grindhouse, wo sie quasi diese beiden Filme zu einem gemacht haben und die, genau, inszenieren dann so künstliche Filmrisse noch dazu und sowas stelle ich mir hier mit Magic-Karten inszeniert vor und hab da, auf dieses Ding hab ich richtig, richtig Bock. Vielleicht kann man sich da sogar eine Box irgendwie organisieren, aber es scheint so, dass es das nur im Laden gehen wird und so ein kleines Geschenk an die Local Game Stores ist und das sei denen gegönnt nach diesen beiden Jahren. Cool, also mehr wissen wir auch noch nicht über diese zwei Sets und das Double Feature Set, aber das ist auf jeden Fall das, was als nächstes kommt, das heißt alles, was wir dazu sagen können in der nächsten Folge. Unsere Vorschweißentat ist riesig. Ja, jetzt kommen wir nämlich auch schon ins neue Jahr, nachdem wir dann vollgefuttert mit diesen zwei Sets über Silvester gekommen sind und wir starten ins neue Jahr mit einer Rückkehr zu einem alten Set, einer alten Plane und zwar geht es zurück nach Kamigawa, aber gleichzeitig geht es auch nach vorne nach Kamigawa, denn das Set Kamigawa Neon Dynasty spielt in der nächsten Folge. 2000 Jahre nach dem Original Kamigawa, das ich selber noch gar nicht gespielt habe und gar nicht erlebt habe und ja, wir gehen nach in eine asiatisch inspirierte Welt, die eben ja sehr Neon und Cyberpunk mäßig daherkommt. Cyberpunk meets Tron meets Ninjas und Samurai und genau das alte Kamigawa, alles irgendwie zusammen gemasht und es hat auf den ersten Blick wenig mit dem alten Kamigawa zu tun. Sie haben gesagt, dass sie sich mit Leuten zusammengesetzt haben, um diese cultural representation, wie sie sagen, wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja, also sie haben gesagt, sie haben eine Menge von so cultural developers und den örtlichen Büros quasi, die sie in Asien haben zusammengesetzt for the full experience. Also auch hier geht es natürlich wieder auch um die große Angst, dass die falschen Klischees bedient werden und man den richtigen Leuten auf die Zehenspitzen tritt. Das will man natürlich nicht. Deswegen, das Ding muss cool sein, das Ding muss auf den Punkt sein, das Ding darf nicht zu viele Klischees bedienen eben und trotzdem muss es wiedererkennbar sein und irgendwie eine Welt präsentieren, auf die man Bock hat, wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie Bock auf einen Samurai-Film oder Bock auf irgendwie japanisches, japanischen Flair, whatever. Inhaltlich haben sie gesagt, wird es sich an einer typischen Cyber-Dystopie orientieren, was auch immer die typische Cyber-Dystopie ist, aber da kommt wahrscheinlich der Zukunftsaspekt mit rein, dass es eben ein dystopisches Kamigawa geben wird und in Anlehnung an die alten Kaiser-Dynastien gibt es auch einen Emperor und das wird jemand sein, den man kennt. Und ich hoffe mal nicht, dass es Nicol Bolas ist, der nachdem er Pharao war, jetzt japanischer Kaiser geworden ist oder kamigavischer Kaiser geworden ist. Oder Emrakul, ja. Ja, also es wird auf jeden Fall jemand sein, den man kennt. Wahrscheinlich ist es auch Soren Markov. Genau, also mehr weiß man noch nicht. Oder irgendeine Phorexianer. Ja, also. Es sieht ein bisschen aus, als hätte man bei Blade Runner das Licht angemacht und festgestellt, dass man überall bunte, so bunte LEDs installiert hat. Ich fand ja, Oko sah schon auf seiner Karte so ein bisschen anime-mäßig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Oko, ähm, meinst du? Ja. Also allein vom Look and Feel würde ich jetzt mal schon, ähm, also das wäre jetzt mein wilder Guess. Also bei Kamigawa war ich noch nicht unterwegs in der Magic-Welt. Ich hab nicht viel Ahnung von der Lore von Kamigawa. Von daher weiß ich auch nicht so richtig, was da, was da auf uns zukommt. Ich bin allerdings, freu mich total drauf, da so ein bisschen mich reinzulesen und zu gucken, was es da so gab und was kommen könnte und inwiefern das vielleicht auch miteinander zusammenhängt. Aber ist definitiv ein visuelles Highlight. Quartal 1 2022 kommt Kamigawa Nian Dynasty. Dann, ähm, bevor wir direkt ins Quartal 2 springen, würde ich jetzt mal noch so ein paar Sachen einschieben, die noch so nebenbei miterwähnt wurden quasi. Weil, genau, Quartal 1 haben wir noch unsere Ruhe, in Quartal 2 geht's dann so richtig ab. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht noch kurz was so mit, ja, Organized Play und, und, beziehungsweise Organized Play wissen wir nicht so viel drüber, aber was so mit den, was so in den Spieleläden passiert im nächsten Jahr. Vielleicht wollen wir das noch mit kurz erwähnen und erwähnen, was es da super tasty gibt jetzt. Ja, also, äh, zum nächsten Mal kommt das Friday Night Magic zurück. Nachdem jetzt die Stores langsam wieder öffnen dürfen, gibt's jetzt wieder Friday Night Magic. Und, ähm, es wird auch neue Formate geben. Jetzt vielleicht nicht ausschließlich im Umfeld des Friday Night Magic, aber es wird auch, ähm, neue Events geben. Zum einen wird's wieder, ähm, natürlich Pre-Releases geben zu den einzelnen Sets. Und es wird was Neues geben für Commander-Spieler. Und zwar nennen sie das, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, Commander-Partys. Commander-Partys, ja, genau. Genau, und, ähm, das klingt für mich sehr interessant. Äh, zum einen haben sie gesagt, it's not about winning. Das ist genau mein Format. Und, ähm, sie haben gesagt, es soll irgendwie basierend auf einer Geschichte sein, die man spielt. Also es wird ein Metaspiel um das, um die Commander-Party herum geben, wo die Geschichte so im Hintergrund mitläuft und die dann auch von anderen Spielen beeinflusst wird. Stell ich mir sehr witzig vor, ähm, vielleicht ist das so ein Social-Game, was dann noch so ein bisschen aufgemacht wird. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Commander-Partys. Kommt, glaub ich, auch jetzt schon zu Innistrad. Ach ja, okay. Während Innistrad kommt das, glaub ich, auch schon. Ja, es gibt, ich glaub, die Promo gibt's dann direkt fürs Erscheinen, nicht fürs Gewinnen des Ganzen. Ich freu mich auf jeden Fall drauf. Das ist mein Event. Interessant. Genau, neue Formate hast du angesprochen, ne? Das Pre-Release, die Pre-Releases werden erweitert um neue Formate. Bisher spielt man ja einfach Sealed, wenn man zum Pre-Release kommt, reißt sechs Booster auf und eine Promo und baut sich daraus ein Deck und legt los. Und jetzt wurde so angedeutet, dass es auch was für Multiplayer-Magic geben wird, was auch immer das genau heißt. Ob das einfach ein Sealed ist, was man dann zu viert spielt, weiß ich nicht genau. Und es wird auch einiges für, das muss ich im Original zitieren, for new social and commander players. Also, wenn ihr euch in eine dieser drei Schubladen einsortieren könnt, social oder commander Spieler. Oder neu. Oder neu, dann könnte da was für euch dabei sein. Also, keine Ahnung, was da kommen wird, aber es klingt spannend. Vielleicht kann man ja sogar draften. Das fände ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz spannend, irgendwie ins neue Set über einen Draft reinzukommen. Finde ich auch cool. Eine Info fand ich noch interessant. Die Companion-App wird ja jetzt so halb verpflichtend oder ganz verpflichtend sein, um halt die ganzen Events im Laden abzubilden. Was ich aber noch, was ich aber wirklich auch die eigentlich spannenden Infos fand und die auch jetzt gar nicht so neu ist, dass man das natürlich auch super zu Hause benutzen kann. Also, wenn ihr zu Hause draftet oder wir zu Hause draften, dann müssen wir jetzt nicht mehr umständlich mit irgendwelchen Dritt-Tools oder wir rücken alle eins weiter und nach zwei Runden können wir keine Paarungen mehr machen. Das kann man nämlich jetzt mit der Companion-App auch machen. Man kann zu Hause seine Events damit auch organisieren und ja, so den Draft auslosen, wer sitzt wo, dann wer spielt wann gegen wen. Und das finde ich eigentlich auch sehr nett, dass das da mit bedacht wurde. So, jetzt aber zu dem, was wirklich tasty ist und was hier Neues kommt und das finde ich wirklich ganz cool. Und zwar wird es die Store-Championships geben. Soweit noch nicht so tasty auf jeden Fall. Oder die kommen zurück. Ich glaube, die gab es schon mal irgendwie. Und für die Leute, die erscheinen, gibt es, nee, ich weiß nicht, die erscheinen. Doch, gibt es den Arbo-Elf. Genau, gibt es den Arbo-Elf, genau. Und dann gibt es noch zwei weitere Promos. Ich glaube, irgendwie gestaffelt, wenn man in die Top 8 kommt oder das Ding gewinnt. Und es gibt den Arbo-Elf, den Lauben-Elf im Deutschen. Es gibt die Collected Company, Truppensammlung im Deutschen. Und es gibt die Wurmspiral-Maschine, die Wormcoil-Engine in Foil jeweils. Das klingt alles schon mal richtig, richtig nice. Zumal es auch Karten sind, die irgendwie gerne gespielt werden. Und jetzt kommt aber das Tasty-Ding. Da wird der Name von eurem Local Game Store, von eurem Spieleladen draufstehen. Und ihr werdet einfach eine einzigartige Erinnerung an dieses Wochenende, an dieses Store-Championship haben und wisst, wo die Karte herkommt. Das ist richtig, richtig cool. Ich glaube, die Synapsen einiger Sammler werden jetzt platzen. Denn das macht es unmöglich, hier eine vollständige Sammlung aufzubauen. Aber für mich ist es natürlich total geil, wenn ich vor meinem Lieblingsspieleladen irgendwie jetzt eine Karte habe, wo der Name draufsteht, die ich dann spielen kann und sagen kann, hey, die kommt daher. Oder ich bin irgendwann mal irgendwo verheißt oder im Urlaub oder so und bin in einem anderen Laden und weiß einfach, hey, die kommt daher. Und das kann ich auch so zeigen. Und das finde ich richtig, ja, das gefällt mir einfach. Das macht total Laune. Und ich denke mal, der Digitaldruck macht es möglich und erschwinglich für Wizards, dass sie solche coolen Sachen machen können. Und es ist natürlich auch ein Geschenk an die Spieleläden von Wizards. Ich bin erleichtert, dass es zwei grüne und eine farblose Karte sind. Nicht, dass noch weiß hier tolle, tolle Karten bekommt. Martin, es wird nicht das letzte Store Championship sein. Da wird es auch noch andere Promos geben. Wird bestimmt auch mal ein Pazifismus geben. Jetzt nicht zynisch werden. Jetzt nicht zynisch werden. Also es ist erstmal eine coole Aktion und wir freuen uns, nee, ich meine mich selber. Und es ist eine coole Aktion und wir freuen uns total drauf, dass unsere Spieleläden davon auch irgendwie so, ne, irgendwie einen direkten Nutzen tragen können. Das finde ich natürlich auch cool. Also ich fände es wahrscheinlich noch schöner, wenn auch der Aberelf, also der Laubenelf schon mit diesem Stempel kommen würde. Also für jeden, der da einfach teilgenommen hat, weil die wenigsten werden wahrscheinlich in die Top 8 kommen oder das Ding sogar gewinnen. Ist er nicht? Ich dachte alle drei. Naja, ich glaube nur Collected Company und Wormcoil Engine. Also die tatsächlich auch hier auch so freulich dargestellt worden sind auf dem Bild. Und wenn du kommst, kriegst du halt den Laubenelf. Wenn es anders sein sollte, freue ich mich umso mehr. Aber die Idee an sich, die Läden damit auch nochmal ins Rampenlicht zu rücken, finde ich sehr schön. Okay, Quartal 1, ne? Das waren ja jetzt schon wieder Sachen aus diesem Jahr noch. Also Quartal 1 wird ruhig. Ganz kurz, Entschuldigung, wir haben noch was vergessen. Ja, was haben wir vergessen? Entschuldige bitte. Arena. Arena kann man jetzt Commander spielen. Gut. Dann sind wir im Quartal 2 und Quartal 2 wird, glaube ich, unser beider persönliches Highlight des nächsten Jahres erstmal beinhalten. Nämlich, sag du es? Es kommt ein neues Unset raus und das heißt nicht wie das von dir vorgeschlagene Unpossible. Oh, ich hab's, es ist so nah dran, ne? Es ist nah dran? Es ist so nah dran. Es ist Unpossible. Ich wette, es hieß Unpossible und dann hat Mark Rosewater meinen Tweet gelesen, den ich an ihn geschickt habe und dann hat er gesagt, oh, ne, jetzt nennen wir es nochmal um, zwei Monate bevor wir es ankündigen. Das glaube ich auch, dass Mark Rosewater was gesagt hat, nachdem er seine Tweets gelesen hat. Genau, also wir haben ein neues Unset, das heißt Unfinity und es ist ein Top-Down-Set, wie Mark Rosewater, der extra aus der Zukunft zum Showcase gekommen ist, um das anzukündigen, gesagt hat. Zumindest aus dem Weltall. Aus dem Weltall, von ganz weit weg. Und ja, Top-Down heißt, er hat sich ein Thema genommen oder das Team wahrscheinlich hat sich ein Thema genommen und das Thema wird sein, jetzt muss ich es auch ablesen, so wie Mark Rosewater es auch abgelesen hat, es ist Retro Sci-Fi Space Carnival Schrägstrich Amusement Park Schrägstrich Zirkus. Genau, es geht nämlich um Myra the Magnificence, Intergalactic Astroatorium of Fun. Ein wandernder, ein Wanderzirkus, ein Wanderzirkus, ja, aber wie nennt man Rummel, so ein Rummel. Ja, im Weltall, der zieht von Planet zu Planet und wir mixen quasi Sci-Fi mit Zirkus und ich erinnere mich, als sie dieses Next Designer Search gemacht haben, da war auch eine Kategorie, wo die Teilnehmer Zirkuskarten designen mussten und das haben sie natürlich clever gemacht, als sie da schon mal geguckt haben und so ein bisschen die Wasser getestet haben für, ja, da hatte Mark Rosewater bestimmt schon dieses Thema im Kopf. Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen, können die dann zwischen Planes quasi hin und her reisen oder zwischen Planeten eines Planes? Ich glaube nicht, dass das so relevant ist, weil das Aniverse ja anders ist als das Multiverse und das ist ja nochmal so die Spiegelwelt von dem normalen Multiverse. Klingt gut. Es gibt eine Illustration, die bisher veröffentlicht wurde, zieht euch die mal rein, die ist super bunt, da sieht man super viel drauf. Goblins, einen erfreudigen Arjani, würde ich es mal so nennen, ja. Ein paar lustigste Gestalten, wie man es nur aus einem Unset erwarten würde. Ich glaube, es wird cool und es wird auch wieder ein bisschen alberner. Vielleicht sogar noch alberner als Unstable, wer weiß. Ist auf jeden Fall unser Set, würde ich jetzt schon mal sagen. Genau, es gibt super tasty Full Art Lands natürlich wieder. Ich denke mal, ich bin mir relativ sicher, die werden auch wieder Borderless sein. Hat er gesagt, Full Bleed. Grenzenlos Full Bleed, das klingt noch besser, das klingt so professionell. Das werden Sci-Fi Lands sein, ich denke mal, da sind dann so Raketen drauf und Sterne. Ne, keine Ahnung, ich glaube, die werden ziemlich cool sein, ich weiß noch nicht genau, was es wird. Und damit noch mehr Leute das Ding kaufen, reprinten sie gleich nochmal die Shocklands, auch in so einer Weltraum-Version. Das ist natürlich ein tolles Verkaufsargument für das Set, als wenn es nicht mit der Grafik schon für uns beide drei Boxen geordert hätte. Ja, das wird geil. Jetzt habe ich noch ein tasty Detail, was ich dir noch nicht verraten habe, weil ich es erst quasi vor einer Stunde erfahren habe. Ich habe es bei Twitter übersehen, aber ich habe es noch irgendwo gelesen und zwar, es haben einige Leute von Loading Ready Run mitgearbeitet an dem Set und Texte geschrieben. Hast du das schon gehört? Das habe ich noch nicht gehört. Graham, Kathleen und Cameron haben mitgetextet, haben wohl Kartentexte geschrieben, Flavortexte geschrieben und haben wohl eine ganze Menge Jokes durch die Gegend gehauen. Ich weiß nicht, in welcher Phase, ob da schon viel mechanisch feststand oder ob sie da noch ein bisschen drauf einwirken konnten. Jedenfalls haben sie mitgetextet und haben viel mit an dem Humor des Sets gearbeitet, noch mit anderen Leuten natürlich, von Wizards, aber auch noch andere externe wohl. Das finde ich super spannend, dass es eben nicht nur Mark Rosewater ist, der sich hier sozusagen auf sein Geschick oder Ungeschick bezüglich Humor verlassen hat, sondern einfach Leute rangeholt hat, eben auch aus der Community und Loading Ready Run bietet sich so perfekt an. Da dachte ich mir so, ey, was für ein genialer Schachzug, zumal es bei Unstable dieses legendäre, wie ich finde, legendäre Pre-Release damals gab, mit Wedge noch von der Mana Source und Mark Rosewater dabei, wo sie die, einer der schönsten und erinnerungswürdigsten Magic-Momente, die ich kenne, gespielt haben, erzeugt, hergestellt haben. Und das war richtig cool. Ich bin total gehypt. Ich will noch sehr viel mehr drüber wissen über das Set, aber mich natürlich dann auch überraschen lassen, wenn es so weit ist. Loading Ready Run bietet sich natürlich auch deswegen an, weil die ja zu jedem Set immer so eine Folge machen, wo sie den Kartenspitznamen geben. Das heißt, die sind auch einfach schon so drin in diesem, wir machen uns ein bisschen lustig über die Karten und finden lustige Referenzen und Anspülungen. Also von daher habe ich da große Hoffnungen da drin, wie du mir jetzt gerade gesagt hast, dass das lustig wird. Ja, ich finde die lustig und wer die auch lustig findet, der wird, glaube ich, nicht enttäuscht werden. Aber es werden definitiv auch einige witzige Wortspiele Rosewaters dabei sein. Da können wir gleichermaßen darauf gespannt sein. Mal gucken, ob man am Ende auseinanderhalten kann, wer welche Karte designt hat oder geschrieben hat. Dann lass uns weitergehen zum, da kommt schon wieder ein neues Set raus, diesmal wieder ein Standard-Set. Und zwar kommen wir auf eine neue Welt, auf der wir noch nicht waren. Und zwar kommen wir nach, ich weiß nicht, ob die Welt jetzt Carpenner heißt, New Carpenner. Oder ob das nur eine Stadt ist auf einem unbekannten Plänen. Auf jeden Fall heißt das jetzt Streets of New Carpenner. Also eins meiner quasi schwarzrandigen Highlights des nächsten Jahres. Ich bin super gespannt drauf. Wir begeben uns in eine Welt, in der fünf dreifarbige Gangsterfamilien herrschen. Eine Welt, die ursprünglich von Engeln erbaut wurde und jetzt aber beherrscht wird von den Dämonen, die da leben. Und das Ganze ist in so einem wahnsinnig, ja eigentlich auch bekannten Art-Decot-Style gehalten, wie man es vielleicht aus Bioshocks Rapture kennt. Ich denke mal, da wird auch viel kaputt sein oder nicht mehr so glorreich glänzend sein, wie es mal war in Carpenner sozusagen. Sondern wir befinden uns hier in der dunklen Gegend. Ich denke mal, da wird es um Glücksspiel und Raub und Mord und Totschlag und Drogenhandel wahrscheinlich nicht. Aber Dinge gehen, unlautere Dinge gehen und ich freue mich total auf das, was wir auch hier schon gesehen haben. Architektur und die ganzen Kleider, Kleidungen. Also einfach mal ob nix ist in so einem Nadelstreifenanzug zu sehen, das ist schon irgendwie ganz nice. Ja, dieser Jugendstil-Look gefällt mir auch sehr, sehr gut. Erinnert mich auch so ein bisschen an Grim Fandango, was ja auch so ein bisschen das Ganze zwar ins Humorvolle gezogen hat, aber diese Jugendstil-Ästhetik gefällt mir eigentlich dann immer sehr gut, wenn es so um dieses Film-Noir-Element geht. Und ja, Elsbeth wird wohl auftauchen. Es soll ganz viel Lore da drin passieren und auch Lore, die verknüpft ist mit Sachen, die man schon gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch verstanden habe, aber ich erhoffe mir da vielleicht auch so ein bisschen, dass da so ein paar lose Enden wieder aufgenommen werden. Vielleicht ist das auch eine schöne Gelegenheit, da an dem Set das nochmal zu machen, eine neue Welt vorzustellen und gleichzeitig anknüpfen an das, was man davor erlebt hat. Ich, die Grafik sieht schon toll aus. Das sieht super special aus, aber ich habe ein bisschen ein Bedenken oder eine kleine Angst vielleicht sogar, nämlich, dass das einfach so ein düsterer Ravnica-Abklatsch werden könnte. Und ich hoffe, es wird sich klar genug von Ravnica, von der Welt Ravnikas unterscheiden. Klar, wir haben hier diese fünf dreifarbigen Gangster-Familien, nicht zehn zweifarbige Gilden. Das heißt, es gibt schon mal eine ganz, ganz klare mechanische Abgrenzung irgendwie. Das schon, aber ich hoffe, es wird nicht einfach nur so eine riesige Stadtwelt sein, die ein bisschen anders aussieht und sich ein bisschen anders anfühlt, aber irgendwie dann doch eine Stadtwelt ist, wie Ravnica sie auch schon war. Und das will ich nicht, denn auf der Oberfläche sieht das erst mal anders aus und irgendwie special aus. Und irgendwie, ne, wir haben wieder so ein bisschen so ein Blade Runner-Thema, so wie es schon mir und dein ist, die ja auch irgendwie so eine asiatische Stadtwelt war, sind wir hier wieder in der Stadtwelt. Und klar, die bieten sich an, die sind voll, da ist viel Getümmel, da ist, da, genau, da ist es einfach dicht und ich hoffe, ebenso dicht wird die Erzählung dieser Welt sein. Zumal ja auch jede, die von diesen Gangster-Familien ein eigenes Keyword spendiert bekommt. Also da sind auch nochmal ein paar Anlehnungen, wie du schon gesagt hast, an die, an die Gilden von Ravnica. Und da gilt es eben, das ein bisschen anders zu gestalten und ich traue ihnen das schon zu, dass sie das hinkriegen. Werden wir dann sehen, werden wir dann nächstes Jahr als zweites Hauptset nach New Capenna kommen. Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen an zwei Dinge liegen. Zum einen, wie ich schon sagte, Rapture von Bioshock und zum anderen aber auch ein bisschen das fünfte Element. Auch wenn wir hier nicht in der Sci-Fi-Welt sind, aber irgendwie so eine Welt, in der weit oben die Oberschicht lebt, ja, und ganz unten so in den Gossen und Gassen dieser Welt das dunkle, eklige tägliche Geschäft dieser elenden Stadtwelt stattfindet. Und das gilt es herauszufinden. Ich freue mich drauf, wirklich, ich freue mich drauf und ich bin aber auch ein bisschen ein Sacker für dieses alte 20er Jahre New York Feeling, was ja diese Welt irgendwie so ein bisschen transportieren soll. Ich schreibe es mal auf. 50er Jahre Gangsterfilme und so, ne, hab jetzt irgendwie Motherless Brooklyn auf Netflix gesehen, zieht euch den Film rein. Also irgendwie das, da bin ich einfach durch meine Filmvorprägung irgendwie total der Sacker dafür. und freue mich auf Streets of New Carpena, auch wenn es einfach eine neue Welt ist, die wir noch nicht kennen und Magic einfach hier wieder neue Sachen probiert. Das finde ich immer cool und das ging für mich in den letzten Jahren selten nach hinten los, wenn neue Sachen probiert wurden, in neue Welten probiert wurden. Das wird bestimmt gut, also ich glaube auch, das sieht total ansprechend und innovativ aus, ich hab da auch Bock drauf. Und ich schreibe mir jetzt auch schon mal auf für 2023, Ravnica, jetzt gilt's. Gut. Warum muss ich da lachen? Es tut mir leid, ich will über solche Witze nicht mehr lachen müssen, aber sorry. Gut, kommen wir zum nächsten. Der Titel ein bisschen länger und die Welt weniger unbekannt. Wir kommen zu Dungeons & Dragons, Commander Legends, Battle for Baldur's Gate. Genau. Was ist das, Martin? Ich wollte gerade gucken, ich glaube, der wichtige Punkt ist in der Mitte, Commander Legends, also es orientiert sich an Commander Legends, wie es dieses Jahr, letztes Jahr, meine Güte, letztes Jahr rausgekommen ist und ja, ist ein ähnliches Format, vielleicht auch das gleiche Format, aber halt im Thema von Dungeons & Dragons und da spezifisch auch nochmal dreht sich das alles um die Stadt Baldur's Gate und die bekannten Gesichter, die man dort vermutet und ja, ist nochmal eine Reise zurück her in die Vergessenen Reiche und Baldur's Gate ist natürlich nicht nur seit dem Computerspiel für viele auch ein Synonym quasi für Dungeons & Dragons und einfach so eine ikonische Landmarke und da lässt sich bestimmt viel mitmachen und ja, auch viele bekannte Gesichter einbauen, die dann auch im Dungeons & Dragons-Universum angesiedelt sind. Wie findest du das, dass quasi die Commander Legends Fortsetzung jetzt gleich wieder so ein Thema bekommen hat? So ein Dungeons & Dragons-Thema, wie wir es gerade erst hatten? Das ist halt die gleiche Diskussion oder die gleiche Argumente, die ich letztes Mal gemacht hatte. Für jemanden, dem Dungeons & Dragons gefällt, ist das bestimmt schön, also für mich eben auch, weil ich das eben kenne und Bock hat. Für jemanden, der jetzt Magic spielen will und mit diesem Franchise Dungeons & Dragons nichts anfangen kann, könnte ich mir vorstellen, ist es nicht ganz so schön. Das ist halt immer so diese, also kommen wir auch später noch dazu, da gibt's dann auch wieder Sets, wo ich sage, ja, wenn's Spaß macht, spiel ich's vielleicht, aber der Flavor holt mich nicht ab. Ich find's ganz cool, es gibt halt wahrscheinlich nochmal so einen Twist, um halt nicht nochmal Commander Legends verkaufen zu müssen, sondern es ist jetzt halt Commander Legends im Dungeons & Dragons-Style, aber es steht und fällt halt damit. Das war, glaub ich, klar, dass dem ein Thema gegeben werden musste, ja, ja. Ja, was man halt damit anfangen kann mit dem Franchise, dass da drauf gebrandet wird. Ja, wir haben ja viel in der Playgroup auch drüber gesprochen, ne, Magic Matske halt, äh, guter Freund von uns, der hat ja auch gemeint, dass es, ich hoffe, ich geb ihn hier richtig wieder, wenn nicht, würde das sicherlich irgendwo twittern, dass es einfach ziemlich generisch ist, diese Dungeons & Dragons-Welt und er's schade findet, dass es halt in dieser Welt stattfindet, so. Und, ähm, ja, möglicherweise nicht in einem New Kapaner oder in einem Neon Dynasty oder so, wo ja quasi ein Commander-Draft-Set auch hätte stattfinden können oder, ja, wie auch immer. Wir werden sehen. Ich denk mal, es wird, ich hoffe, wir können's mal draften und es wird ohne Ende neue legendäre Kreaturen geben und ganz viele Multiplayer-Keywords, die sicherlich spannend sein werden. Also, mechanisch, glaube ich, wird es cool, thematisch. Und vielleicht sind die Küstenmarodöre ja nicht drin. Ein, ein Reprint ist drin. Kolossal Dreadmoor und die Küstenmarodöre. Die Küstenmarodöre, oh Gott. Alright. Also, das picke-packe, vollgepackte zweite Quartal verlassen wir jetzt und gehen ins dritte Quartal. Und dort erwartet uns erstmal etwas, was längst tot geglaubt war. Ein neues Master-Set. Double Masters 2022 kommt. Und das Set, was, glaube ich, mittlerweile pro Box, wie viel? 500 Dollar oder so kostet? Ich hab die aktuellen Preise nicht auf dem Schirm. Echt so viel? Ja, Unrealismus auf jeden Fall. Also, sie haben nicht viel gesagt, worum's da drin gehen wird in dem Set, wo's thematisch angesiedelt ist, welche Mechanismen vorkommen werden. Aaron Forsythe hat gesagt, auf die Frage, ja, worum's da so ein bisschen gehen wird, that's what it's all about, two rares per pack and two foils per pack. Also, ja. Und Reprints. Und Reprints, 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 Reprints. Ja, da gibt's gerade keine Tasty-Informationen und auch nicht viel Tasty dazu zu sagen. Das, ja, das wird wahrscheinlich, ja, vom Reprint-Value leben und von den Rares, die drin sind und den Foils. Aber, ähm, zu den anderen Sachen wissen wir uns halt auch nicht viel. Da wird sich bestimmt auch irgendwie eine schöne Geschichte drum rumstricken lassen, wo dieses Set spielt. Und, ähm, ja. Im Spieleladen, 14 Euro pro Booster. Genau. Sorry, sorry, die Master-Set, ich kann mit denen nicht viel anfangen. Ja, ein... Keine Ahnung. Es ist, die lassen mich ein bisschen außen vor. It's not for everyone, ne? Ein Traf, drei Holonde Spiele und dann hast du vielleicht, ähm, ein Baum aus Innistrad getraftet, ja. Okay, lass uns zum nächsten Standard-Set gehen. Dominaria United kommt auch im dritten Quartal auf uns zu. Wir kommen wieder zurück nach Dominaria. Wir haben zwei wunderschöne Illustrationen bekommen. Eine Illustration, wo man eine Menschengestalt gegenüber einer Elfengestalt sieht. Korrigier mich, wenn ich diesen Kreaturen-Typ falsch erkenne. Ich hab auch Elfe gedacht, ich dachte auch als Lano war Elfen, weil die ja so, ähm, so ein bisschen bunt und, ähm, stylisch sind. Maybe, maybe. Man reicht sich die Hand, man verbündet sich, man zieht womöglich gegen einen gemeinsamen Feind los. Und ein zweites Bild gibt's von einem riesigen, in den Berg, halb teilweise eingesunkenen Artefakt. Und ich hab ja, das sind so, ja, kann man das beschreiben? Ich kann's schlecht beschreiben. Schaut euch das an, so silberne Ringe, die da ineinander greifen. Und ich muss sofort dran denken, ah, der Soul Ring kommt in einem Standard-Set. Was denkst du, was hältst du davon? Ich dachte eher, das sieht aus wie so ein Gateway, wie so ein Tor, das vielleicht irgendwie was aufmacht. Da blitzt es ja auch so ein bisschen raus, also irgendwas kommt da vielleicht durch das Tor durch. Ah, die Phyrexianer. Ja. Na klar, die Phyrexianer. Vielleicht verbündet man sich deswegen. Das sieht nicht sehr phyrexianisch aus. Nö, aber vielleicht kommt da irgendwas durch und deswegen muss man sich verbünden, war so meine Interpretation. Ja. Wobei dieses Verbündnisbild sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es nach der Schlacht, weil es alles so hell und friedlich ist. Ist auch so ein bisschen entspannt, eher so wie, oh, ziehen wir los. Die Zwerge stehen auch schon im Hintergrund, so nach dem Motto, ja, mit denen haben wir uns schon verbündet. Würde ich sagen, packen wir es jausen. Vielleicht machen die einfach Wandertage zusammen und es ist einfach ein schönes Set und es wird gar nicht gekämpft. Ja, genau. Glaube ich auch. Also es sieht auf jeden Fall schön aus. Ich freue mich, dass es zurückgeht nach Dominaria. Hauptsächlich auch, weil es einfach ein tolles Set war zu draften und zu spielen, weil es einfach so rund war. Und ich glaube, das können sie sich auch nicht leisten, dass das schief geht, Dominaria, weil das einfach schon das ist, wo Magic herkommt, wofür Magic steht. Und ich glaube, das wird auch wieder gut. Es hat ein bisschen den Spot vom Core-Set und wird, glaube ich, so ein bisschen der Core-Set-Ersatz. Eine Welt, die wir kennen, die vertraut ist, über die jetzt, von der nicht, die jetzt nicht so edgy ist wie irgendwie Kappenna oder Kamigawa. Das ist einfach wieder so High-Fantasy, aber Magic-High-Fantasy so, original Magic-High-Fantasy und von daher bin ich gespannt, was es wird. Und ich hoffe einfach, dass es nicht zu generisch wird und trotzdem eine interessante Geschichte erzählt wird, die vielleicht auch sozusagen diesen Gesamt-Arc, ich habe die Phyrexianer schon erwähnt, so ein bisschen nach vorn bringt. Denn wir bekommen kein Phyrexia-Set, das wissen wir mittlerweile alle, im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch nicht am Anfang von 2023. Von daher werden wir da noch ein bisschen drauf warten müssen. Ich hoffe dennoch, dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass sich ein größerer Arc um Phyrexia wieder aufbaut und vielleicht Dominaria einen aktiven Teil dazu beitragen wird. Ich würde mir generell wünschen, dass bei den Sets nächstes Jahr auch die Geschichte, die das alles zusammenhält, wieder stärker in den Vordergrund tritt. Und dass das nicht so einzelne Episoden auf einzelnen Welten sind und dass da schon so ein bisschen der Gurt wieder angezogen wird, dass man da so eine Verbindung zwischen den Sets auch sieht. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß nicht, ob das zu viel gewünscht ist, weil halt auch viele Leute vielleicht auch jetzt in kürzeren Zyklen denken und spielen und einfach ein cooles, einfaches Set haben wollen, ohne zu wissen, was davor und danach kommt. Ja, ist eigentlich schon so ein bisschen Fazit des Gesamten, der alle Ankündigungen fürs nächste Jahr, dass es sehr kleinteilig wirkt und eine große, schöne Shoppinglist ist, die viel von unserem Geld verschlingen wird. Aber hoffentlich eben auch, wie du sagtest, ja, irgendwie miteinander verbunden ist, loremäßig, arcmäßig, wie auch immer. Und selbst wenn es nur Hinweise sind, Andeutungen, was auch immer. Aber dass man immer noch merkt, hey, das sind vernetzte Gehirne, die dieses Spiel gestalten und die bieten uns auch irgendwie eine vernetzte, zusammenhängende Erfahrung. Denn wir SpielerInnen, wir gehen ja von Set zu Set zu Set zu Set und wir möchten natürlich auch immer wieder mitgenommen werden und wollen, müssen nicht, oder ja, genau, man ist ja auch immer ein bisschen mit dem Hype des nächsten Sets erlegen, in der Hoffnung, dass es halt wieder ein cooles, alleinstehendes Ding wird. Ein zusammenhängender Arc könnte das einfach, könnte mich als Spieler einfach mehr tragen durch dieses Jahr hindurch. Und das haben sie ja bewiesen, dass sie es können. Ich hoffe einfach, dass sie es nicht vergessen haben, wie es geht. Lass uns da gleich nochmal im Fazit drauf eingehen, da habe ich auch noch einen Gedanken dazu, den ich gleich noch machen möchte. Lass uns mal noch kurz das Jahr abschließen. Springen wir in ein Jahr von heute sozusagen, viertes Quartal. Ja, genau, was gibt es denn da Schönes? Also erstmal gibt es Jumpstart 2022. Das soll wieder auf Papier kommen. Das jetzige Jumpstart gibt es ja digital auf Arena. Ich weiß nicht, ob du das schon gespielt hast. Ist eigentlich ganz lustig mit diesen Digital-Only-Karten. Ich finde die jetzt auch ganz okay, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Also hat Spaß gemacht dieses, ich packe zwei halbe Decks aus und mische die zusammen. Und das ist bestimmt auch ganz lustig 2022 noch. Aus Game-Designers Sicht super spannend. So ein etabliertes, analoges Spiel zu haben und sich dann zu überlegen, okay, wie sieht unser Spiel aus, wenn ich weiß, bestimmte Karten werden nur digital gespielt. Welche Dinge möchte ich dann ermöglichen? Wo geht das hin? Und da werden gerade die ersten Gehversuche gemacht. Die sind schon sehr elaboriert, weil es sehr, sehr viele gute Vorlagen gibt von Hearthstone und anderen Größen der digitalen Sammelkartenspiele. Und ich bin gespannt, wohin Magic sich entwickelt, denn ich traue dem Research & Design Team dort einiges zu, dass sie Sachen finden werden, wo dann wiederum die anderen abgucken wollen. So wie es davor eben auch schon der Fall war. Genau, und in jedem Pack wird es quasi eine neue Karte geben, die also neu mit diesem Set eingeführt wird. Und es wird eine Karte im Anime-Style geben. Eine Booster-Fun-Karte im Anime-Style. Eine Booster-Fun-Karte im Anime-Style. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Was heißt das, Martin? Ähm, ich habe jetzt Booster-Fun eigentlich so verstanden, dass das vielleicht so mit diesen, nee, das wäre ja Showcase gewesen. Booster-Fun ist dieses Ding, ich weiß nicht, was drin ist. Ich reiße es einfach auf. So war es für mich zumindest in den letzten Sets, in den Set-Boostern zum Beispiel. Ich weiß es auch nicht genau. Man kann nur gespannt sein und ich finde es ganz geil. Es klingt so ein bisschen wie eine Anlehnung an die Basic-Lens, die quasi passend zum jeweiligen Thema des Jumpstart-Boosters geschaltet wurden. Also, ich hoffe, es ist eine spielbare Karte. Ja. Aber auch für eine Art-Karte im Anime-Style weiß ich nicht, ob mein Anime-Enthusiasmus groß genug ist dafür. Wir werden sehen. Es klingt auf jeden Fall spannend und ich werde mir definitiv davon eine Box ziehen, denn nix ist unkomplizierter als Jumpstart zu spielen. Zack, Bus auf den Tisch aufgerissen, losgespielt. Geil. Gut gemacht. Wursatz. Sehr schön. Jumpstart 2022. Schade, dass es erst im vierten Quartal kommt. Auch im vierten Quartal kommt das letzte Standard-Set für das Jahr 2022 und das heißt The Brothers' War. Das heißt, wir reisen zurück. The Brothers' War. Und ja, also geht nicht nach vorne die Geschichte, sondern wir blicken zurück. Es sollen neue Einblicke in diese Geschichte geben und ja, es dreht sich natürlich auch ein bisschen um Artefakte, was man auf den Bildern so sieht. Und sie haben auch gesagt, es soll War Machine-ähnliche Konstrukte geben, mit denen die Brüder dann anscheinend in den Krieg ziehen gegeneinander. Ist das die Rückkehr von Melt vielleicht? Das kommt mir jetzt gerade wieder. Ich warte ja einfach, dass diese, der Melt, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, Verschmelzen, Meltmechanismus zurückkehrt, wo man zwei Karten, wenn sie im Spiel sind, ins Exile schickt und dann auf die Rückseite quasi wieder mit der Rückseite ins Spiel bringt und die dann zusammenpackt zu einem riesigen Viech. Und naja, genau, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird riesige Fahrzeuge geben. Urza und Mishra sind ja bekannt dafür, einfach Broken-Artefakte irgendwie in Standard-Sets zu bauen. Und ja, The Brothers' War, wir wissen, dass es diesen Krieg gab. Wir waren nun nicht dabei, reisen jetzt in der Zeit zurück, sind mittendrin. Und ja, ich glaube, das wird super viele Leute ansprechen. Das ist einfach so das Schlachtfeld-Set irgendwie. Und ich denke mal, dass sie sich noch irgendwas Witziges haben einfallen lassen, um die ganzen Artefakte auch irgendwie so reinzubringen, dass es nicht Standard kaputt machen wird. So wie die ganzen Artefaktsets, wie sie bisher rausgekommen sind, unter anderem auch als Urza und Mishra-Thema waren. Genau, weil nichts ist gefährlicher in Magic, als wenn man Artefakte einfach so reinbringt. Ja, es wird bestimmt irgendwas geben, was ein anderes Format kaputt macht, wenn es nicht Standard sein wird. Wir werden sehen. So, dann sind wir fast durch. Ich würde mal den nächsten Punkt kurz überspringen, dieses, was hier nur Sonstiges steht, und ganz kurz noch auf den übernächsten Punkt eingehen. Weil dann haben wir nämlich, glaube ich, die Produkte durch für das Jahr. Ja, Netflix-Serie und so, das skippen wir jetzt einfach mal. Darüber reden wir, wenn es soweit ist. Genau, also die gibt eine Netflix-Serie und Gideon und Jace machen einen Roadtrip. War, glaube ich, das, was ich mir gemerkt habe. Aber ich glaube nur in der Vorgeschichte, in dem Buch, was dazu rauskommen wird. Ich glaube, es lohnt sich wirklich erst dazu, was zu sagen, wenn es soweit ist. Zurzeit sind die Infos so rar. Nächstes Jahr soll es wohl kommen, die Netflix-Serie, zu einem unbestimmten Datum. Ich denke mal 31.12.2022 könnte es passieren. Vielleicht dann aber auch doch erst im übernächsten Jahr. Wir wissen ja alle, dass sowas dauert. So, und dann gab es noch was Interessantes. Das ist jetzt hier unter dem Punkt Universus Beyond zusammengestellt. Weil ich, interessant deswegen, weil Mark Hagen da eben die Universus Beyond-Produkte vorgestellt hat, die sich hauptsächlich so auf die Secret Layers nochmal beschränken. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der hatte fast mit die längste Redezeit von allem, was vorgestellt wurde. Also er war bestimmt zehn Minuten. Ist das so? Ich habe mal mitgeschaut, er war, glaube ich, fast zehn Minuten durfte der über diese Universus Beyond Secret Layers sprechen. Und das war weit mehr, als jedes andere Standard-Set abbekommen hat. Und, tja, der ist so ein bisschen der, wie ein Anwalt saß er da, ne? Ja. Wie ein gut gekleideter, hipper Anwalt. Denn der hat einen, der hat keinen leichten Job. Ich glaube, der hat einen Job, den Hasbro sehr, sehr geil findet. Nämlich den Magic mit anderen Brands zusammenzubringen. Was, glaube ich, sehr, sehr viel Geld einspielt. Vielleicht sogar neue Spieler zu Magic bringt, was wiederum eine gute Sache ist. Aber bei etablierten Spielern unfassbar unbeliebt ist. Kann man das so sagen? Ich glaube, man kann das so sagen. Zumindest für eine gehörige Portion Skepsis erstmal sorgt. Ja. Und keine Vorschusslorbeeren für diese Produkte kriegt. Also, die haben einen schweren Stand. Total. Was erwartet uns? Wir wissen bereits, dass Warhammer 40.000 kommen wird. Und zwar mit Commander-Decks und begleitenden Secret Layers wurde jetzt noch hinzugefügt. Mhm. Bei den Secret Layers, ja, Reprints hoffentlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ne? Ob das ... Ähm ... Und die Commander-Decks ... Haben die Commander-Decks eigentlich auch neue Karten? Ich glaube, dazu haben sie gar nichts gesagt. Ob da irgendwelche neuen, einzigartigen Karten dabei sind, die es so vorher noch nicht gab. Na, sie sind spezifisch nur auf Reprints bei einem Set, glaube ich, eingegangen. Davor haben sie es noch ein bisschen offengelassen, aus meiner Sicht. Also, korrigiert uns gerne, wenn wir es falsch verstanden haben. Aber wir haben versucht, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber es war auch wirklich sehr, sehr vorsichtig formuliert alles. Das war schon alles ganz gut durchgetextet, ja? Nur nicht zu viele Informationen. Und die Informationen, die rausgegeben wurden, die waren ziemlich auf dem Punkt. Fortnite wird uns zwei Secret Lairs bescheren. Zwei Secret Lairs Fortnite. Das werden allerdings nur Reprints sein. Das wurde explizit gesagt. Ich glaube, man hatte Angst vor dem Shitstorm, den sie letztes Jahr geerntet haben. Ja. Mit The Walking Dead. Dennoch werden sie nicht müde, uns SpielerInnen weiterhin dafür zu sensibilisieren, dass in grenzwertigen Franchises neue Karten hergestellt werden. Denn es wird noch Street Fighter Secret Lairs geben. Und die eben mit neuen, mechanisch einzigartigen neuen Karten. Genau, so wie Chun-Li dann Multikicker präsentieren darf mit ihrer Beinattacke. Jetzt hast du eins übersprungen. Es gibt auch noch Herr der Ringe. Mit Absicht, ja. Ach, hast du mit Absicht übersprungen. Okay. Ja, das wollte ich ans Ende stellen. Denn ich glaube, das ist das Positivste dieser Universe-Beyond-Beispiele, die ich jetzt hier aufgezählt habe. Glaube ich auch. Und witzigerweise auch aus dem gleichen Grund, warum ich glaube, dass, also, ich hatte letztes Mal gesagt, dass Dungeons & Dragons schon der Höhepunkt von Universe-Beyond war. Herr der Ringe ist, glaube ich, da ähnlich anzusiedeln, weil es eben auch mit diesem Fantasy-Aspekt spielt. Also, es wird ein Herr der Ringe-Set geben, ein volles Set, das auch gedrafelt werden kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Es wird dazu Commander-Decks. Richtig, Modern-Legal-Karten. Genau. Genau, geht direkt nach Modern. Es wird Commander-Decks dazugeben und auch Secret-Layers dazu. Also, da gibt es wirklich wieder alles. Und die Grafik, die sie gezeigt haben, war eben Gandalf, der Freund des Auenlandes. Das war irgendwie eine Karte, die es wohl geben wird. Also, legendäre Kreatur Gandalf. Klar, klar. Die muss es alle geben. Alle Großen muss es geben. Da kommen sie gar nicht drumherum. Und wir haben hier wieder so ein bisschen Gefühl, so einen Fall wie bei Dungeons & Dragons. Das Dungeons & Dragons war vor Magic da und Magic hat sich sehr stark aus der Welt von Dungeons & Dragons bedient und deswegen wirkt es auch überhaupt nicht fehl am Platze, jetzt ein Magic-Set in der Welt von D&D zu machen. Und genauso geht es mir mit Herr der Ringe. Herr der Ringe, so ein bisschen die Mutter der High-Fantasy-Welten, bei der sich alles andere, was danach gekommen ist, natürlich mit bedient hat und was nicht ignoriert werden konnte von allen anderen Fantasy-Spielen, Franchises, wie auch immer. Und dass Magic jetzt Herr der Ringe trifft, ist cool, aber ich glaube auch kein Zufall, denn ihr wisst es sicherlich auch im nächsten Jahr, beziehungsweise, ach nee, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt hau ich hoffentlich nichts durcheinander. Das Magic-Set kommt ja 2023. Die Herr der Ringe Amazon-Serie, die eine Milliarde Dollar gekostet hat, die kommt nächstes Jahr im September und zwar am 2. September startet die. Das heißt, zwischen den Staffeln, zwischen den Herr der Ringe Staffeln kriegen wir dann ein Herr der Ringe Set. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube allerdings, dass Wizards das so geschickt gemacht hat, dass sie sich nicht auch noch die Lizenzen von Amazon kaufen mussten, um dann irgendwie Bilbo, Frodo und Gollum irgendwie entsprechend der SchauspielerInnen der Serie abbilden zu müssen. Aber wer weiß. Genau, ist ja noch ein bisschen hin. Mark Hagen weiß. Und ja, hast schon recht, das ist kein dankbarer Job, den er hat, das gefühlt unbeliebteste Produkt aus dieser ganzen Aufzählung verkaufen zu müssen. Aber vielleicht auch das erfolgreichste Produkt oder das gewinnträchtigste Produkt. Wir werden sehen. Ich würde hier an der Stelle auf jeden Fall versuchen, mich zu hüten und Wizards zu schämen. Das ist einfach ein Hasbro-Ding. Das muss man einfach so sagen. Hasbro, das ist das, was Hasbro macht. Hasbro bringt Brands zusammen. Deswegen gibt es einfach eine Million Monopoly-Varianten gebrandet mit irgendwie anderen Dingen obendrauf. Das Herr-der-Ringe-Monopoly, das Herr-der-Ringe-Quatsch, das Star-Wars-Monopoly und so weiter. Und mit ihren ganzen anderen Spielen natürlich auch. Das wollen die machen. Das ist eine ihrer Verkaufs-Gewinn-Strategien. Sollen sie machen, wenn sie sich nicht zu krass aus dem Fenster lehnen. Wenn jetzt Fortnite als Draft-Bar-Reset rausgekommen wäre, dann wäre ich auf jeden Fall auf die Barrikaden gegangen. Aber ja, wie wir schon jetzt ein bisschen mehr sensibilisiert dafür sind, dass sowas wie Fortnite kommt, da wirkt The Walking Dead ein bisschen harmlos dagegen. Das hört man bei Walking Dead selten, dass die dann harmlos wirken. Aber du hast recht. Also so ein Fortnite-Draft-Set, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal erleben werden. Noch ist es, glaube ich, nicht am Horizont. Sie werden sich auch sehr, 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 sehr vorsichtig an sowas ranwagen. Und ja, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Game-of-Thrones-Set noch kommen wird irgendwann. Oder dass sie dran arbeiten. Die Bücher kommen ja schließlich auch noch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass in die Richtung, dass man in der Richtung weiterarbeitet. Und guckt, dass mit den Magic-Fremden oder Magic-Welt-Fantasy-Fremden-Welten vorsichtiger umgegangen wird. Ich würde mit dir gerne ganz kurz noch ein bisschen so auf die Meta-Ebene gehen und noch ein kleines Fazit ziehen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen aus dem Showcase? Also hier stehen noch ein paar Sachen drin, so unter ferner Liefen. Die könnt ihr euch alle nochmal angucken im Video. Ich muss nur nochmal erwähnen, dass Mark Hagen sehr oft Superfun erwähnt hat. Superfun-Stuff, it's fun-stuff, it's great fun-stuff, it's all fun-stuff. Ja, also er ringt um Vokabeln, es uns in irgendeiner Form, vielleicht nicht schmackhaft, aber ertragbar zu machen. Ich mag den nach wie vor, der macht einen guten Job. Sonst würden wir jetzt nicht das Fortnite-Secret-Layer kriegen. Ob das gut ist für Magic, weiß ich nicht, aber für ihn ist es bestimmt okay. Ja komm, lass uns eine Etage höher gehen. Genau, ich hab hier eine Frage aufgeschrieben. Was waren das jetzt, was wir da gesehen haben, die eine Stunde? Also es war aus meiner Sicht super, super, super schnell, super aufregend. Superfun. Es war auch, ja, auch sehr gescriptet. Also die wussten alle genau, was sie wann sagen müssen. Die waren gespielt, überrascht, manchmal ein bisschen zu viel. Die haben alles, die haben alles hingenommen. Die Moderatoren, die drei, was Wahnsinn, wir sind total aufgeregt. Und dann zwei Sätze später waren sie dann schon wieder total aufgeregt für das nächste Set. Und das war einfach eine große Verkaufsshow oder eine Vorstellung, was alles kommt. Ja, es ist der Lego-Katalog. Es ist ein Katalog gewesen. Das ist eine Auflistung, die man versucht hat, nett und freundlich und irgendwie menschlich zu gestalten. Und die drei ModeratorInnen haben das, glaube ich, auch ganz cool gemacht für das, was sie halt tun mussten. Rebecca Scott war sicherlich auch einfach ein bisschen aufgesetzter kam sie daher. Jimmy Wong ist da eigentlich schon so ein älterer Hase. Und Joe von I Hate Your Deck, das ist ein cooler Typ. Gut, dass sie den mit reingenommen haben. Der ist nett und er hat eine witzige Lache, die er sehr oft zu so einem Besten geben konnte. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht für niemanden von denen, die da auftreten mussten. Aber am Ende, ja, es ist ein Produktkatalog. Und einfach, weil es viel ist, wollen sie den SpielerInnen möglichst früh einen Überblick geben, damit es dann nicht, ich glaube, auch um das Gefühl des zu viel ein bisschen abzufedern. Ob es zu viel ist oder nicht, darüber kann man nochmal extra streiten. Aber viele von uns haben auf jeden Fall das Gefühl, dass dem so ist. Ich muss ja immer wieder den Vergleich anbringen, weil er einfach, finde ich, auch immer gut passt zum Marvel Cinematic Universe. Das ja auch immer weiter wächst, immer größer wird, mit Serien angereichert wird, mit neuen Animationsserien. Und da gab es ja auch diese Vorstellung vom Studioboss Kevin Feige, der eben auch einmal durchgegangen ist, durch was alles jetzt 2021, 2022, 2023 in Phase 4 dann kommen wird. Und ich fand das irgendwie besser gemacht. Er hat da irgendwie einen roten Faden durchgelegt, der mir hier gefehlt hat. Also er hat schon gesagt, diese Serie knüpft da an, hier sehen wir den Schauspieler wieder, das ist der Regisseur. Der hat auch da schon die Regie gemacht. Hier sehen wir Thor, der macht einen Besuch in der Serie. Und das hat für mich alles mehr so diese Kohärenz gehabt, die hier mir ein bisschen gefehlt hat. Es hat sich sehr nach einzelnen Silvesterraketen angefühlt, die man in den Himmel schießt oder vielleicht auch gegen die Wand und guckt, was hängen bleibt bei den Fans. Mir hat aber so die große Erzählung gefehlt, wohin geht Magic, wohin geht die Geschichte, wohin gehen die Charaktere, die wir so mögen. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass dieser Story-Arc, dieser Handlungsbogen uns so ein bisschen fehlt. Und ich finde auch mit diesen einzelnen Sets, mit den Secret Layers, dann noch mit den Bonussets dazwischen, löst sich so ein bisschen die Chronologie auf, die man so gewohnt war als langjähriger Magic-Spieler, wo man gesagt hat, die vier Standardsets sind so ein bisschen die tragende Struktur des Hauses, die uns durch das Jahr begleiten. Und daran orientiert sich auch die Geschichten und die Bonussets docken da an. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Bonussets stehen fast mindestens gleichbedeutend mit den Standardsets. Und die Standardsets haben eigentlich gar keine Rolle mehr über das Spielformat Standard hinaus. Also die legen jetzt nicht mehr den Pfad, an dem sich alles andere orientiert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, das ist super interessant. Die machen es ja eigentlich schon ganz geschickt, indem sie Jesslyn Zillow reingeholt haben. Die Senior Creative Director von Magic, die sich sehr, sehr stark um die Welt und die Charaktere und um die ganze Lore, die Erzählung dieser Sets kümmert und versucht. Und die haben damit versucht, glaube ich, auch so ein bisschen den Glue zwischen diesen einzelnen Sets herzustellen. Aber das glaube ich nur, ja, recht bemüht geschafft oder nicht so richtig. Also ich fand die auf jeden Fall super sympathisch und eine richtig coole Frau. Und die hat das gut gemacht und auch mir wirklich ein bisschen was, ein bisschen Enthusiasmus auch vermittelt. Das habe ich bei allen anderen vermisst. Die ModeratorInnen, die mussten ihre Texte aufsagen und die mussten ihre Brücken bauen und die mussten irgendwie von einem ins nächste kommen. Das haben die auch einigermaßen gut gemacht. Und dann sind sie halt in Aaron Forsythe geendet oftmals. Der halt dann irgendwie mit seinem Charisma, was er nun einmal hat, und das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen, einfach da saß und gesagt hat, jup, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann gibt's noch das, dann gibt's noch das. Und diese Jesslyn Zillow, die hat halt ein bisschen Leben reingebracht. Und wenn man so eine Frau vielleicht noch mit ihr gemeinsam oder sie mal so ein Showcase aufbauen lässt, wie ein großes, schönes, zusammenhängendes Narrativ, dann kann sowas auch wirklich wirkungs- und effektvoll rüberkommen und emotional uns packen und eben nicht nur wie der Lego-Katalog dann dastehen. Ich wollte nur ganz kurz dazwischengrätschen und sagen, die konnte wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, als sie durfte. Du hast immer mal so ein bisschen gemerkt, dass sie sich verheddert hat, aber hauptsächlich, weil sie wahrscheinlich Sachen sagen musste, die sie gescriptet hatte. Und die hätte eigentlich sehr, sehr viel mehr erzählen können über die Welt. Und du hast richtig gemerkt, der liegt das auf den Lippen und die weiß schon mehr, als sie erzählen darf. Und die hätte das auch gerne erzählt. Und sie war da so ein bisschen an der, wie sagen wir, so ein bisschen eingezwängt in das Format dieses Showcase. Und ich fand nämlich sie auch tatsächlich mit ihrem Enthusiasmus die Verkörperung von dem, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei den restlichen Produktvorstellungen. Sie ist alles, was tasty ist an Magic. Und sie hätte den Rahmen bilden sollen. Und dann hätte man von ihr überleiten sollen zu Aaron Forsyth. Und dann hätte man überleiten sollen zu Mark Hagen irgendwie, den Verkäufer und so. Und dann als Cherry on Top gibt's halt noch Maro obendrauf, der das Ganze noch toppt. Aber so Leute wie Maro und wie diese Jesslyn Zillow, das sind die, die uns eigentlich als SpielerInnen mitnehmen. Und da ja hier eh nur so ein paar kleine Halbsätze zu jedem Set gesagt wurden und eigentlich nur Welt beschrieben wurde und eigentlich nur so ein bisschen Hype gemacht wurde und benannt wurde, hätten die das Ding tragen sollen. Und ja, diese ganzen Hard Facts hätten sie von mir aus auch gern in einem Text nachschieben können. Richtig, also das hat, wie gesagt, mir so ein bisschen gefehlt. Und vielleicht auch nur mit ein, zwei Sätzen nochmal sagen, okay, hier haben wir Gideon zum letzten Mal gesehen. Gut, er ist jetzt tot. Wir haben Sorin Markov das letzte Mal gesehen in War of the Spark. Da war er ja anscheinend schon aus dem Stein raus. Hier erklärt sich jetzt endlich, wie kommt er, wie ist er aus dem Stein rausgekommen? Und was macht er auf dieser Hochzeit? Also einfach so ein bisschen eine kleine Verbindung schaffen zwischen den Sätzen, weil mein Gehirn funktioniert jetzt so. Ich versuche jetzt schon rauszufinden, okay, was passiert auf Kamigawa? Wer ist dieser Emperor? Hat der irgendwie eine Verbindung zu dem Verbrecher-Konglomerat auf New Carpenna? Warum machen wir diesen Rückblick von Brothers War? Hat das irgendwie einen Einfluss auf das Dominaria-Set, was davor passiert ist? Auf jeden Fall, ja. Und da gab es für mich halt überhaupt nichts in der Richtung. Noch nicht mal irgendwie so einen Halbsatz und sagen, es kommt eine Gefahr, die haben wir in Magic schon ganz lange gesehen. Also dieses Doctor Who-Moment, wo dann die Daleks wiederkommen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, ich stimme dir in allem zu und dennoch muss ich die ganze Zeit dran denken, dass Sorin der unliebsame Cousin ist, der eigentlich Sören heißt und sich selber so ein Fantasy-Alter-Ego geschaffen hat, so tut, als wäre er ein Vampir und sich Sorin nennt. Uh, da ist wieder Sorin. Komm, Sören, es gibt Buffet. Sehr schön, sowas hätte man auch gerne einbauen können. Und ja, also ich hoffe mal, dass die... Anistrad, das kommt dann alles in Anistrad. Jetzt geht's. Ja, also ich versuche halt gedanklich so diesen ganzen Bonus-Zuckerguss zur Seite zu schieben und zu gucken, ob da drunter noch weiterhin dieses Spiel ist, das ich halt so mag mit seiner Geschichte und vielleicht mit seinem bisschen nerdigen Anspruch und Charakter und wo man dann sich einfach auch drüber unterhält, was dieser Charakter aus dem Flavortext von vor drei Jahren, dass der jetzt endlich eine eigene Karte bekommt. Da blüht mein Herz ja mehr auf, als jetzt den Fortnite-Teddy zu sehen. Aber, ähm, da bin ich gespannt, ob das auch eingelöst wird. Ich denke, das werden wir kriegen in Infinity und ich hoffe, dass diese anderen Standardsets nicht einfach nur einzelne Leuchttürme sind, die einfach nebeneinander stehen, sondern irgendwie Teil eines großen, bisher vielleicht noch nicht erkennbaren Konstruktes sind. Ja, das hoffe ich auch. Und, ähm, ich möchte jetzt auch nochmal sagen, dass ich jetzt überhaupt nicht irgendwie zynisch oder negativ jetzt hier rüberkommen muss. Ich war einfach sehr geplättet von dieser Show und von dieser, ähm, dann doch vielleicht sehr amerikanischen Machart dieser Verkaufsshow. Und, ähm, ich vielleicht auch lieber mir einen Text durchgelesen hätte und mir dann weniger aufgeregt die Zeilen, äh, vorgestellt hätte, wie die jemand aus dem Lehnstuhl raus zu mir doziert, als jetzt diese drei super aufgeregten Moderatoren, die über alles, äh, total begeistert waren. Ähm, ja, also. Es ist so ein bisschen, um den Gag von einem, von einem bekannten Comedian, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, zu erwähnen, es ist so ein bisschen wie, wenn du ins Museum kommst und schon erschöpft bist, wenn du gerade die Eintrittskarten gekauft hast. Ja. Du weißt, was an Inhalten auf dich zukommt und du bist schon am Durchatmen vorher oder wie, du bist satt, nachdem du die Speisekarte gelesen hast. Ein bisschen, ein bisschen so. Es gab, es gab ein gewisses Sättigungsgefühl nach dieser Show. Also, ich würde sagen, wir machen einfach, wir machen einfach weiter wie bisher und konzentrieren uns auf das nächste Set, das rauskommt und besprechen das mit unvoreingenommenem Blick und, äh, ja, gehen jetzt völlig gesättigt erstmal, äh, zur Haupt, äh, zur Nachspeise über, Entschuldigung. Ja, zur Nachspeise wollten wir gar nicht so viel machen. Vielleicht noch ganz kurz einmal Danke sagen an alle, die zur letzten Folge auch kommentiert haben und uns nochmal Feedback gegeben haben. Ähm, zum Beispiel hat uns kurz vor der Sendung noch ein Kommentar erreicht auf YouTube von de, äh, Resladero, der auch nochmal einen Deckbilder empfiehlt und zwar Moxified, der anscheinend mit Scryfall integriert ist und, ähm, genau, den würde ich mir jetzt sehr gerne angucken, habe ich jetzt nicht mehr geschafft vor der Sendung. Heißt der nicht Moxfield? Moxfield, genau. Was habe ich gesagt? Moxified. Ja, Moxified. Oh, schön. Dann kannst du gleich das Konkurrenzprodukt erstellen. Der Deckbilder Moxfield. Ja, das hat uns auch Fritz vom Kompass empfohlen. Ja, okay. Hat uns den auch empfohlen. Und da kann man wohl das, was ich bei Architect vergeblich gesucht hatte, tun, nämlich man kann Karten verschlagworten, also ich kann bestimmten Karten das Schlagwort Karten ziehen oder Draw-Effekt oder sowas geben und kann der gleichzeitig aber auch noch Removal geben, wenn sie eben auch gleichzeitig noch ein Removal ist und kann danach dann eben gucken, wie viel Draw-Effekte habe ich drin, wie viel Removal-Effekte habe ich drin und so weiter. Das hat mir bei Architect tatsächlich noch gefehlt. Kommt er vielleicht irgendwann, ne? Keine Ahnung. Aber deswegen werde ich mir Moxfield definitiv mal genauer anschauen. Ich mir auch. Also das Cryfall hat mich neugierig gemacht. Außerdem hat uns noch der Alex, den wir auch gerade schon erwähnt hatten, einen Kommentar geschickt und auch nochmal die Geschichte mit Mel und Warthos ein bisschen näher erklärt, sodass ich es vielleicht noch ein bisschen besser verstanden habe. Genau, also da auch nochmal vielen Dank, dass er da nochmal eingestiegen ist. Wir haben es nicht richtig genau richtig erklärt und werden dazu eine extra Episode machen, in der wir uns besser vorbereiten und euch dann genau sagen, was der Wartos ist, was der die Mel macht und die anderen auch noch und wo ihr euch dann einordnen dürft. Genau, das war so mein Feedback zu den letzten Folgen. Dann hast du noch ein bisschen auf Twitter dich umgetan. Insgesamt kommt auf Twitter tasty-mtg, folgt uns da, quatscht mit uns und wir belohnen euch auch hin und wieder mal dafür, randomly, denn ich bastel ja ganz gern mal aus Fimo mir ein paar Counter für irgendwelche Karten, die halt spezielle Counter brauchen. Auch zum Beispiel die Stundenmarken von der Midnight Clock oder jetzt hatte ich eben ein paar Counter gebastelt zur Beastmaster Ascension, genau, wo man eben kleine Quest-Counter drauflegen muss und die habe ich so kleine, kleine Tiger, orangene Tiger-Counter gebastelt, die man dann da drauf packt und habe eben gleich ein paar mehr gemacht und habe dann gesagt, hey, wer Bock hat, die zu kriegen, der kann die kriegen und habe die verlost. Ja, genau, und die ging dann in die, in die, in Switzerland. Viele Grüße, ich hoffe, die Dinger sind gut angekommen, viel Spaß damit und ja, haltet die Augen offen, folgt uns auf tasty-mtg, nicht nur uns, auch den ganzen anderen super netten und viel schreibenden Content-CreatorInnen da draußen. Das macht auf jeden Fall super Laune. Ich habe Twitter auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt und das, ja, macht einfach Spaß, sich dort über so den täglichen Kleinkram der Magic-Welt auszutauschen. Es klingt jetzt so, als hätte Geist diese Gewinne da selber gebastelt, aber in Wirklichkeit sagt er dann zu seinen Kindern Sonntagmorgens so, Achtung, ich habe aus Versehen wieder ein Twitter-Gewinnspiel gestartet. Lass uns mal schnell was kneten und verlosen. Das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht. Ja, wahrscheinlich könnt ihr da aus diesen Dingern meine Fingerabdrücke nehmen und irgendwie mein Telefon damit starten. Kein Kommentar. Ne, also das war es eigentlich auch schon an einer kleinen Rückschau. Also wir finden es toll, dass ihr so interagiert mit dem Format, mit dem Podcast und macht das gerne auch weiterhin auf welchen Kanälen auch immer. Sei es auf Twitter at tasty-mtg auf www.tastymtg.de. Das ist unsere Webseite, wo ihr die ganzen Folgen nochmal nachhören, runterladen und mitlesen könnt und schöne Bilder dazu anschauen könnt. Und ja, auf Spotify gibt es uns auch. Genau, hinterlasst uns eine gute Bewertung, egal wo ihr uns hört. Daumen nach oben oder fünf Sterne, wie auch immer. Das sorgt dafür, dass andere auch diesen Podcast sehen und hören können und es macht uns dann natürlich noch ein bisschen glücklicher. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. In dem Sinne sage ich hier an der Stelle Adio Mexico und bis dahin. Und ich sage Erntedank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss.